Das Museum Franz Gertz zeigt erstmals die beiden letzten vollendeten Gemälde des 2022 verstorbenen Künstlers Franz Gertz. Sima del Mar und Schwarzwasser werden mit weiteren Gemälden und Holzschnitten aus früheren Jahren ausgestellt. Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna Wesle in Zusammenarbeit mit Maria Gertzschmeer. Am 21. Dezember 2022 ist der Künstler, dessen Namen unser Museum trägt und der uns über 20 Jahre lang mit seiner Persönlichkeit, seinen Werken und Ausstellungsideen bereichert hat, im hohen Alter von 92 Jahren friedlich eingeschlafen. Nach den Gemälden Meer 2, Sima del Mar und Schwarzwasser aus den Jahren 2021 und 2022 neigte sich die Schaffenskraft des Künstlers langsam dem Ende zu. Franz Gertz malte die fünf großformatigen Gemälde seiner blauen Phase 2019 bis 2021 mit echtem Ultramarienblau-Pigment, das aus dem in Afghanistan abgebauten Lapislazuli-Halbedelstein gewonnen wird. Es handelt sich um ein Spätwerk, in dem die seit Jahrzehnten vertrauten Motive, Gräser, Pestwurz und Waldlandschaften in einen Farbton getaucht werden, in Blau. Der Künstler gönnte sich das völlige Eintauchen in eine intensive Ultramarienblaue Phase. Dabei war er stets darauf bedacht, seine Technik zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Das Gemälde Meer 2 von 2021-2022 entstand direkt nach den Gemälden der blauen Phase. Es ist ebenfalls mit echtem Ultramarienblau ausgeführt. Bei diesem Gemälde verwendete der Künstler jedoch auch blaue und graue Aquarellfarbstifte und nutzte das warme Weiß der ungrundierten Baumwolle als Gestaltungsmittel. Die Beschäftigung mit dem aufgewühlten Meer nach einem heftigen Morgengewitter geht auf Franz Gerts frühere Werke zu Saint-Marie-de-la-Mer in Südfrankreich zurück. Im Museum Franz Gerts erleben die zwei danach entstandenen Gemälde ihre Weltpremiere. Sima del Mar und Schwarzwasser, beide aus dem Jahr 2022. Die beiden letzten vollendeten Gemälde des Künstlers zeigen von Holzschnitten bekannte Motive, die hier erstmals in die Malerei überführt wurden. Der bei beiden Werken verwendete braune Farbton besteht aus einem für Franz Gerts hergestellten Pigment aus der Erde seines Wohn- und Arbeitsortes Rüschek. Franz Gerts verfasste für sein 2023 Posthum erschienenes Werkbuch folgenden Text. Der Mann von der Farbmühle in Eichstetten verkaufte mir teuren Lapislazuli für den blauen Raum. Gräser 8, Gräser 9, Pestwurz, blauer Sommer und blauer Waldweg. Als die ersten zwei Bilder entstanden waren, besuchte uns der Mann aus Eichstetten in Rüschek, schaute und lobte, war selbst wohl ein wenig stolz und meinte, noch nie hätte ein Maler so große Lapisbilder gemalt. Nun ist zu erwähnen, dass der schon etwas ergraute Herr sein Leben ganz den Farben, aus denen Bilder entstehen, gewidmet hat. Darum muss man sich vorstellen, dass der Vielgereiste, ob in Italien, Spanien oder vielleicht gar Afghanistan, stets einen Kessel dabei hat, mit der Absicht, wenn er ein schönes Gestein oder farbige Erde entdeckt, davon seinen Kessel vollzuschaufeln, um dann in seiner Mühle ein malbares Pigment zu schaffen. So ergab es sich, dass er auf der Rückfahrt vom Rüscheker Hügel ins Tal einen Erdaushub entdeckte, dessen Farbe ihn faszinierte. Er füllte seinen Blechkessel und fuhr damit ins Allgäu. Wie war ich erstaunt, als bald darauf in unserem Briefkasten ein Paket lag, in dem sich ein durchsichtiges Gefäß mit der Aufschrift Braunerde Rüschek, 500 Gramm, befand. Dr. Krämer hatte die Rüscheker Erde in sein Sortiment aufgenommen. Oh, was für eine Verpflichtung! Was soll ich nach den blauen Bildern nur damit anstellen? Was kostete mir das für Kopfarbeit, die wie immer ein Delirium von Möglichkeiten, die nicht aufzuzeichnen sind, ergab? Schlussendlich kam aber das befreiende Resultat. Vor vielen Jahren kniete ich auf Ibiza an einem steinigen Strand mit Namen Sima del Mar und verfolgte durch das Objektiv meiner Hasselblatt-Kamera die letzten Wellen des Meeres, die über die Steine des Strandes hin- und zurückflossen. Da bescherte mir Neptun ein Schwäßchen und schickte mir eine etwas größere letzte Welle, die mit voller Wucht mich und meine Hasselblatt traf. Die Filme konnte ich retten, die Kamera erlitt einen Totalschaden. Daraus sollte ich jetzt meine Vorlage wählen. Mit der billigsten und teuersten Farbe der Welt habe ich das Bild Sima del Mar gemalt. Welch Malvergnügen, mit den drei Farben Lapis, Rüscheker Erde und Weiß, alle Farbnuancen hervorzuzaubern, wie sie auf dem Bild zu sehen sind. Das letzte vollendete Werk von Franz Gerdt, Schwarzwasser, ist von Vorzeichnungen mit Aquarellfarbstiften abgesehen, ausschließlich mit dem Pigment der Rüscheker Erde ausgeführt. Franz Gerdt, der 1976 mit der Familie nach Rüschek gezogen war und 2006 zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wurde, malte seine letzten Bilder also mit der Erde des Ortes, der ihm Heimat geworden war und ihm jetzt auch die letzte Ruhestätte bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017